Wie behandeln und Nierenversagen Nieren sind die Organe, die Filterabfallprodukte aus dem Blut zu helfen. Sie sind auch beteiligt bei der Regulierung der Blutdruck, Elektrolithaushalt und die Produktion roter Blutkörperchen im Körper. Die Symptome von Nierenversagen sind aufgrund der Anhäufung von Abfallprodukten im Körper, die Schwäche, Atemnot, Lethargie und Verwirrung führen kann. Die Unfähigkeit, Kalium aus dem Blut zu entfernen, kann zu Herzhythmo-Störungen und plötzlichem Tod führen. Zu Beginn kann Nierenversagen keine Symptome verursachen. Es gibt zahlreiche Ursachen für Nierenversagen, und die Behandlung der zugrunde liegenden Erkrankung kann bei der Korrektur der Niereanomalie der erste Schritt sein. Einige Ursachen für Nierenversagen sind behandelbar und die Nierenfunktion wieder zur Normalität zurückkehren kann. Leider kann Nierenversagen in anderen Situationen progressiv sein und irreversibel sein kann. Die Diagnose von Nierenversagen in der Regel durch Blut ist zur Bestimmung BUN, Kreatinin und die Glomeruläre Filtrationsrate, GFR, hergestellt. Die Behandlung der zugrunde liegenden Ursache von Nierenversagen kann die Nierenfunktion wieder zur Normalität zurückkehren. Lebenslanges Bemühungen Blutdruck zu kontrollieren und Diabetes kann der beste Weg zu einer chronischen Nierenerkrankung und deren Progression zu Nierenversagen zu verhindern. Wenn wir älter werden verringert sich die Nierenfunktion nach und nach im Laufe der Zeit. Wenn die Nieren vollständig ausfallen, werden die Dialyser oder Transplantation die einzige Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung können. Die Nieren spielen eine Schlüsselrolle in der Körperfunktion, nicht nur durch das Blut filtert und von Abfallprodukten zu befreien, sondern auch durch die Elektrolitspiegel im Körper balancieren, Kontrolle des Blutdrucks, und die Produktion von roten Blutkörperchen stimuliert. Die Nieren sind in den Unterleib in Richtung der Rückseite, in der Regel eine auf jeder Seite der Wirbelsäule. Die Nieren haben die Fähigkeit, die Menge an Körperflüssigkeit zu überwachen, um die Konzentrationen von Elektrolitten wie Natrium und Kalium, und die Säurebasengleichgewicht des Körpers. Sie filtern Abfallprodukte des Stoffwechsels, wie Harnstoff aus den Eiweißstoffwechsel und Harnsäure aus DNA-Abbau. Zwei Abfallprodukte im Blut in der Regel gemessen werden, 1, Blutharnstoff-Stickstoff, und 2, Kreatinin. Nierenversagen kann aus einer akuten Situation auftreten, die die Nieren oder von chronischen Krankheiten verletzt, die nach und nach die Nieren verursachen mehr funktioniert. Bei akutem Nierenversagen, Nierenfunktion ist schnell verloren, und aus einer Vielzahl von Verletzungen an den Körper kommen kann. Da die meisten Menschen zwar Nieren haben, müssen beiden Nieren zur vollständigen Nierenversagen beschädigt werden auftreten. Glücklicherweise, wenn nur eine Niere ausfällt oder erkrankt ist, kann sie entfernt werden, und die verbleibenden Niere weiterhin normalen Niere, Rine, Funktion zu haben. Wenn ein sowohl die Nieren des Patienten verletzt oder krank, eine Spenderniere, N, kann transplantiert. Prenale Ursachen für Nierenversagen sind Hypovolemie, niedrige Blutvolumen, wegen Blutverlust Dehydration aus dem Verlust von Körperflüssigkeit, ZB-Erbrechen, Durchfall, Schwitzen, Fieber Schlechte Aufnahme von Flüssigkeiten Medikamente, z.B. Diuretika-Wassertabletten, kann eine übermäßige Wasserverlust verursachen. Anormalen Blutfluss zu uns von der Niere durch Obstruktion der Nierenarterie oder Vene Chronisches Nierenversagen entwickelt sich über Monate und Jahre. Die häufigsten Ursachen der chronischen Niereninsuffizienz beziehen sich auf Schlecht eingestellter Diabetes Schlecht Bluthochdruck gesteuert und Chronische Glomerulonephritis Weniger häufige Ursachen der chronischen Niereninsuffizienz sind Polizistische Nierenerkrankung Reflux-Nephropathie Nephrotisches Syndrom Alportkrankheit Interstitial Nephritis Nierensteine Prostataerkrankungen Anzeichen und Symptome von Nierenversagen Wenn unerkannt oder unbehandelt, kann die Entwicklung die folgenden Symptome von Nierenversagen in lebensbedrohlichen Umständen Lethargie Schwäche Kurzatmigkeit Generalizitschwellung Generali-Schwäche aufgrund einer Anämie Appetitverlust Lethargie Ermüden Kongestive Herzinsuffizienz Metabolische Acidose Hoher Blutkalium Fatal-Herz-Hydmos-Störungen einschließlich ventrikuläre Tarkadionkammerflimmern Harnstoffspiegel im Bluttreising kann Gehirn-Enzephalopathie, Berekaditis oder niedriger Kalzium-Blutspiegel führen. Nierenversagen diagnostiziert Bluttests Bluttests Die Diagnose von Nierenversagen kann durch Bluttests wie Bun, Kreatinin und GFR bestätigt werden, dass die Anhäufung von Abfallprodukten im Blut messen. Urin-Tests Urin-Tests kann die Menge an Protein, erkennt das Vorhandensein von anormalen Zellen, oder messen die Konzentration von Elektrolyten zu messen bestellt werden. Andere Tests Andere Tests werden verwendet, um die Art von Nierenversagen zu diagnostizieren, wie beispielsweise Abdomensonographie Nierenbiopsie Behandlung von Nierenversagen Prävention ist immer das Ziel mit Nierenversagen. Chronische Krankheiten wie Bluthochdruck und Diabetes sind verheerend, da der Schaden, den sie auf Nieren und anderen Organen zu tun. Dialyse Die Dialyse entfernt künstliche Abfallprodukte und zusätzliche Flüssigkeit aus dem Blut, wenn die Nieren nicht mehr tun. Bei der Hämodialyse filtert eine Maschine Abfälle und überschüssige Flüssigkeit aus dem Blut. Nierentransplantation Eine Nierentransplantation beinhaltet das Platzieren chirurgisch eine gesunde Niere von einem Spender in ihrem Körper. Transplantierte Nieren von verstorbenen oder lebenden Spendern kommen. Sie müssen Medikamente für den Rest ihres Lebens zu nehmen ihren Körper, um zu verhindern, das neue Organ ablehnen. Medikamente Kaliumspiegel im Blut zu kontrollieren Wenn ihre Nieren richtig sind nicht Kalium aus dem Blut filtern, kann ihr Arzt Calcium, Glucose oder Natrium Polystyrol Sulfonat verschreiben die Anhäufung von hohen Mengen an Kalium im Blut zu verhindern. Medikamente Kaliumspiegel im Blut wiederherzustellen Wenn die Menge an Kalium im Blut zu niedrig fallen, kann ihr Arzt eine Infusion von Kalium empfehlen.